Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zombie U. Ich habe endlich das scheiß C4 gefunden, hat blöde Dinge gesprengt, die Briefe sind in meiner Tasche und wir müssen nur noch zum Doc und dem die Briefe geben. Da ist einer. Wobei, ne, da muss ich wieder laden. Das ist doof. Nicht für einen Zombie. Wo war der denn jetzt? Der war doch im Buckingham Palace, ne? Im Palast und herunter. Ja. Sehr gut. Bin ich ja mal gespannt, was der jetzt mit den Briefen macht. Entwickelt jetzt das Überheilmittel. Ich will zum Hulk werden, bitte. Der weibliche Hulk. Genau das will ich. Wow. Ups, zu weit. Dein Gott, wie übel dunkel das hier auch ist. Hier sehen wir echt nichts mehr ohne Licht. Mach doch mal die Tür auf, Doc. Hey, Doc. Bin wieder da. Bin zurück aus der Zukunft. Hier hast du deinen Scheiß. Ich bin übrigens jetzt eine Frau. Sind das? Sie sind es. Alle sieben Briefe. Die. Mit dem Panacee-Schlüssel. Wie soll ich Ihnen danken? Jetzt kann ich bitte Arbeit bei der Panacee beginnen. Nun geht es sicher ruckzuck. Tausend Dank. Ja, nur ein Problem. Wir holen mal in die Tasten. Ja, und nun? Kehre zum Safehouse zurück. Achso. Ja, dann... Machen wir das mal. Ob jetzt uns der, der... Ach, wie ist der noch? Der Dings, ne? Weiß Bescheid. Einen Auftrag gibt. Hoffentlich kommen keine vielen Zombies. Viele Zombies mag ich nicht. Einzel Zombies stehe ich drauf. Also die zu... zu töten. Nicht das, was ihr denkt. Da wirst du ja. Mann, hab ich mir schon Sorgen gemacht. Was zum Teufel hast du da drin so lange getrieben? Haha, das wüsst du wohl gerne, wa? Das ist ein Scherz. Da komm ich doch gerade her. Der hört sich gerade an wie das Alien aus American Dad. Und was hat dir der Quacksalber verkauft? Aspirin? Ja, Sigi. Es gibt kein Mittel, keine Panacee. Hast du wirklich gedacht, der könnte dir was zusammenpanschen? Und das Safehouse lässt du ungeschützt? Du enttäuscht mich. Ich dachte, wir wären Partner. Prepper, out. Oho, ich muss schon wieder Drama machen. Kackspast, ey. Du bist jetzt schon das zweite Mal. dass der mir so um den Sack geht. Quatsch. Was soll ich denn mit auf leeren? Joa. Sturmgewehr Munition. Brauchen wir nicht. Obwohl, Sturmgewehr Munition habe ich jetzt um einiges mehr als mein Gott. Als Munition für die Schellgedämpfte Waffe. Was sagt denn Schott die Munition? 14 noch. Pistolen Munition habe ich noch reichlich. Was ist das? Magnum. Weg. Ja, Karabiner habe ich auch noch genug. Brauche ich noch nicht. Ich hätte jetzt nur mitgenommen, wenn ich mit den anderen Sachen nicht mehr so viel gehabt hätte. Da mal los, Chef, wa? Moment. Wo sollte ich hin? Ich sollte woanders hin. Nicht zu dem ins Labor. Fuck. Kommt davon, wenn man nicht zuhört. In den königlichen Gemächern. Hm. Okay. Dann folge ich mal doch dem Ding. Ausnahmsweise. Sollte ich eigentlich speichern? Oh, ich bin so dumm. Warum haben... Oh, nein. Das fällt mir jetzt erst ein. Warum habe ich denn das Medi-Kit benutzt? Ich hätte einfach speichern können. Ach, komm, ey. Weil wenn mir was passiert, dann wird sowieso automatisch gespeichert. Also am Arsch. Ach, das war nicht so keil, okay. Schneller. Hallo? Tür auf. Tür auf. Also. Mit ein bisschen Meckern geht alles. Ach, du Kackjes. Nicht im Ernst. Oh Gott. Ach, das sauft. Das sauft den Pet so aus, als müsste ich mich ans... ans Maschinengewehr stellen. Ach, guck mal an. Da haben wir ja mal eine neue. Was ist das denn? Warte mal stehen, du Schlampe. Wat Muschis Fun 666. Das ist wohl ein Witz. Nebenüber. Da steht, glaube ich, Music Fan. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Music ist Fun. Okay. Muschifan. Alter Schwede. Ja, jetzt hast du mich gehittet. Super. So. Oh Mann, ey. Das ist, äh... Wenigstens wieder weg. Oh, elf Schuss. Nice. Das können wir einfach rumzuballern, ey. So langsam. Aber da ist es so langsam. Ich habe so viel Munition. Jetzt müssen wir echt hier unten rumgehen. Das soll kürzer sein, als wenn ich durch das ganze andere Ding da laufe. Ich habe übrigens zum ersten Mal, äh, wieder ein gegnerischer Spieler, was heißt ein gegnerischer, war ein anderer Player gewesen. Das ist schon richtig lange her, dass ich einen getroffen habe. So, Freunde, da bin ich wieder, die Kamera war voll. Äh... Weiter geht's. Gucken, was der Doc von uns will. Hoffentlich ist das nicht auch wieder eine Falle, so wie beim letzten Mal, dadurch alle... Oh, fuck, da habe ich mir gar nicht so nachgedacht. Dadurch alle meine Sachen verlieren können. Oh, oh. Bitte, bitte nicht, ähm. Triff den Arzt in den königlichen Gemächern. Oh ja, ich glaube, das zerbräuchte ich noch ein bisschen. Geil. Hier habe ich auch noch kein... keine Karte. Green Park. Ach, hier bin ich ja auch schon so ein paar Mal gewesen. Oh, zum Kuckuck muss ich den jetzt hin? What the fuck? Hä? Moment mal, wo war das denn noch? Geh mal weiter. War das hier rum? Fick die hin, ey. Meine Karte. So, ich muss hier rum... Ja, Spitzenklasse, ja. Hätte ich auch die Abkürzung nehmen können. Das ist doch scheiße. Ja, ja. Da hinten müsste auch einer sein, war? War das nicht hier rum? Nee, Moment, hier ging es zum Tower of London. Den sieht man auch da hinten. Das sieht irgendwie witzig aus. Kurz und schmerzlos. Der ist leer. Oh, der hat eine Flair. Oh mein Gott, das reimt sich. Ja, genau, da hinten kann man zum Tower of London. Da ist der scheiß Palast. Aber man musste doch... Musste man nicht hier durchkriechen? Loll! What the fuck? Drecksauber, ne? Uh, was ist das denn? Maschinenpistolen-Munition. Sehr gut. Muni für die schallgedämpfte MP5. Toll, da kommt man zum Safe-Haus. Ach, hier. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich glaube, das war die allererste Abkürzung, die ich mal hatte. Oder? Kann das sein? Da ist Dr. J. Leck mich am Arsch. Was macht der denn da? Johnny chillt da eine Runde. Er hat auch schon mal besser ausgesehen, muss ich sagen. Hehehehe. Ja, genau. Trockengewitter oder was? Null Punkte. Mein Gott, was hat der denn hier gemacht? Der ist sogar leer. Leck mich fett. Hat es das letzte Mal nicht geregnet? Du schmeißt nicht mit irgendeiner Kacke an und haben hier, ey. Was tun wir denn hier? So ein Wichser, ey. Da steht der sich einfach in die Ecke. Der versucht ja einfach mal von hinten zu können. Was für Penner. Die plünen wir doch gleich mal. Da war aber nix. Liegt denn jetzt hier? Hier lag doch mal die, die, äh... Der Karabiner lag ja hier mal. Bretter. Nice. Naja. Der da draußen interessiert mich nicht. Ansonsten ist hier nix. Tua. Dann mal schnell weiter. Ah, hier hatte ich meine erste Mine gefunden. Ach, ja, damals. So kann man eigentlich da hinten in diese Ecke rein. Da gehen wir jetzt mal gucken. Das ist hier echt nix. Wofür kann man denn hier? Hier dahin. Wofür ist das denn? Police Gordon. Da ist. Für nix. Toi. So, da ging es rein. Aber ich glaube, ich gehe vorher nochmal speichern. Just in case. Oh, oh, oh. Was geht denn hier ab, äh? Haha, das große Krabbeln. Hihihi. Ich habe beide verloren. Oh, Molotzer verzeichen damit. Oh nix. Da ist leer. Wollen wir hier noch was? Oh, da liegt was. Was sind denn da alle drin? Lebt mir im Arsch. Karabiner-Munny, Pistolen-Munny. Nice. Das war wieder nur ein Rahm. Oh, 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 oh. Mein Gott, war das viel. Hier war auch nochmal eine Kiste. Ach, die mit ihrer blöden Geschütz-Munition. Was soll denn damit? So, hier kann ich nochmal einen Rundgünn speichern. Können wir eigentlich noch irgendeine Waffe aufwerten? Ich habe zwei Kapazitätsaufwertungen. Ja, die mag nur, macht keinen Sinn. Habe ich schon. Ah, wow. Das Sniper-Ding. Ansonsten habe ich ja alles. Ah. Warum kriege ich die Sniper dann auch noch? Uh, jetzt fasst die acht Schuss. Wunderbar. Ins gemütliche Bettchen. Und zum Einschlafen lesen wir noch... Ähm... Artikel Nummer 16 des Brocores. Oh, jetzt sind wir aber schon wieder aufgewacht. Der besagt... Ein Bro sollte jederzeit in der Lage sein, die Gewinner der folgenden Wettbewerbe und Titel zu nennen. Super Bowl, Fußball-Weltmeisterschaft, Playmate des Jahres. Fuck. Ich wüsste nur, dass Spanien Fußball-Weltmeister geworden ist. Super Bowl sagt mir nix. Aber ist ja auch eher ein Ami-Ding. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Ähm... Morgen halb zehn wieder Zombie-U. Bis dahin, schönen Abend noch. Ciao.